Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu O-News, eurem Podcast-Format von O-Schuhn am Freitagmorgen mit allen Infos zu den wichtigsten Sneaker- und Streetwear-Releases der Woche und dem Rückblick auf die vergangenen sieben Tage. Mein Name ist Amadeus Thüner und ich habe für euch die wichtigsten Infos der aktuellen Spielzeit. Starten wir mit einem Blick auf die vergangene Woche. Folgende Schuhe sind rausgekommen. Adidas Ultra Boost James Bond 007, Adidas 032C, Adidas Yeezy Boost 700 V2 Moth, Kangaroos Runway Roos 002, Roos Unite mit Max Löwe und Bisou, Mitsuno Artifact Pack, Vans Volt Nigel Cabern, Huff mit Miles Davis und Supreme mit True Religion. Kommen wir zur nächsten Woche. Was gibt's heute, morgen und in den nächsten sieben Tagen an Releases? Let's check! All Black, wie man es kennt, wenn Comme des Garçons irgendwo mitspielt. Nach dem New Balance 574 folgt nun das Update mit dem 5740. Und damit die Nummer auch für den Herbst passt, hat man das Upper in Gore-Tex gekleidet. Droppt heute. Extra Butter kommt ebenfalls heute mit einer neuen Adidas Colab um die Ecke. Dabei hat man auf dem Equipment 91 CSG gearbeitet und das Ding in Anlehnung an den besten Freund des Menschen, den Hund Best Friend, getauft. Der EQT kommt in Braun-Beige-Grau, Suede und Fox Pony her. Ein Shirt gibt's dazu auch noch und, um die Sache stilecht abzurunden, ein Hundehalsband. Gruselig wird's heute bei Vans. Die droppen nämlich ihre Halloween-Kollektion. Mit dabei Freddy Krueger auf einem Skate High, Jason auf einem Slip-On, Pennywise auf einem Authentic, die Shining Twins auf einem Slip-On und der Exorcist auf einem Oldschool. Flankiert wird der Drop von den passenden Klamotten und Accessoires. Babe und Essex machen gemeinsame Sache am Samstag. Der Gel 1090 kommt in Blau und Rot und natürlich Camouflage. Also Blau-Rotem Camouflage. Muss man schon mögen. Und noch nicht ganz sicher, aber eventuell droppt diesen Samstag schon das Washed-Pack von Nike SB. Dabei gibt es einen SB Blazer, einen SB Dank High und einen SB Dank Low. Und falls das In-Skate-Shops-Only-Pack wiedererwarten doch nicht morgen kommen sollte, dann sollte es bei den Shops im Laufe der nächsten Tage online gehen. Der Verkauf ist nämlich ab dem 1.10. freigegeben und das wäre heute. Fraglich nur wie immer, ob auch die Lieferungen pünktlich ankommen. Und Donnerstag kommt dann ein komplett babyblauer Air Jordan 5, Nickname Bluebird. Eine Story-Denter gibt's nicht. Nun gut. Kommen wir zum Faith-Cop der Woche. Da sag ich, wenn er denn dann kommt, Nike SB Dank Low aus dem Washed-Pack. Stürmisch. In other news, first look. Der Sommer ist offiziell vorbei, Zeit für die Jordan Brand die neuen Styles für den Sommer 2022 vorzustellen. Der Air Jordan 3 kommt im Dark Mokka und im Purple Colorway, Military Black gibt's für den Vierer, der Air Jordan 5 Green Bean soll ein Retro bekommen, ein Red Oreo steht für den Air Jordan 6 auf der Liste, der 13er kriegt ein wenig gelb und das wird's dann sicherlich auch noch nicht gewesen sein. Wir halten euch auf dem Laufenden. Außerdem bereits für 2022 geleakt, Nike Shocks 2 mit Supreme. Oha. Nike prügelt den Dank weiter fröhlich durch den Release-Kalender und hat nun zwei weitere Versionen des jüngst veröffentlichten Dankai 9085 in der Pipeline. Dabei wird es grell und hell und orange und gelb und erneut Trippy Acid. Muss man schon wollen. Wann genau man dann auch darf, sollte sich im Laufe der nächsten Wochen entscheiden. Nike hat sich zum Ende des Jahres ja nun doch überlegt, den Big Window zu feiern, kommt nach dem klassischen Lila nun ein Gift grüner. Der gehört der wunderschönen niederländischen Metropole Rotterdam, wie passend, und soll voraussichtlich am 20. Oktober erscheinen. Stone Island macht gemeinsame Sachen mit New Balance. Im Fokus steht dabei der futuristische Runner RC Elite, droppen soll die Colab ebenfalls voraussichtlich Mitte Oktober. Aura Lee durfte ja letztens ebenfalls mit New Balance arbeiten, lief auch ganz gut, geht also weiter. Dieses Mal stehen zwei 2002R in der Pipeline und wie von Aura Lee bekannt, kommen diese sehr clean daher. Release soll Ende 2021, Anfang 2022 sein. Bereits gestern über die Bühne gegangen, aber an dieser Stelle dennoch ein paar Worte wert. Das 10 Jahre Kith Buch von Kith zum 10-Jährigen, das vereint nicht nur auf 300 Seiten allerlei von damals, sondern auch zur Zukunft der Brand, die noch für dieses Jahr einige Collabs und Releases geplant hat. Dazu dann aber in den nächsten Wochen mehr. Last but not least, Sonntag erschien die 89. Episode von Oh Shun und in dieser haben Simon und ich uns mal wieder euren Fragen gestellt. Im großen Q&A Teil 7 haben wir über den aktuellen Nike Dunk Hype, diverse Releases und die ein oder andere persönliche Geschichte gesprochen. Wer die Episode noch nicht gehört haben sollte, nachholen. Und der Shoutout in dieser Woche geht an alle PartnerInnen, die akzeptieren, dass wir unsere Schlafzimmer, Wohnungen und Häuser mit Sneaker und Sneakerboxen zustellen und das dann auch noch schön finden. Shoutout an euch, euer Verständnis und eure Ruhe. Einfach auch mal Danke sagen. Das waren die O-News für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt den O-News und den O-Schum-Podcast kostenlos bei allen Streaming-Diensten hören und überall dort auch folgen. Folgt uns auch auf Facebook und Instagram. Gut gehen lassen und bis zum nächsten Mal. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.